Zack, bumm, dann sind wir wieder mit MADtv. Oh je, ihr seht richtig, ja, 113.000 miese. Ja, das war gestern ein desaströser Tag. Schuld daran ist, dieser Film, wie viel bringt der mir eigentlich um? 12.000, äh, nicht mal annäherungsweise die Kosten, die er verursacht hat. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt die Nachrichten kaufen soll. Absolut keine Ahnung. Ich muss irgendwas verscheuern. Irgendwas, was mir vielleicht gut gefällt. Na, ich könnte diesen einen, äh, sonstigen Film da mal eh verscheuern. Oder beide sonstige Filme eigentlich. Ja, ich bring on the night, man, eh nicht so die Knaller. Ne, Blade Runner ist zu gut. Oh ja, die Brücke am Quai hatte mich auch enttäuscht. Das waren zwar vier Stunden Film, ja, das füllt gut das Programm, aber es nützt ja nichts, wenn da keine Einschaltquote kommt. So, hau ab da. Herrje, das läuft doch gar nicht so glatt, wie ich es vorhin noch hatte. Vor zwei Tagen war es nicht so schön. Oh Gott, schon wieder. So, Nachrichten werden produziert, Herr Jemine. Ja, war klar. Den macht nie jemand. Der ist auch kacke. Oh, da kommt gleich erstmal Geld rein. Oh, da wird gleich erstmal Geld reinkommen. Vorausgesetzt, dass verdammt nochmal heute jetzt hier ein paar Leute zugucken. Also nicht so bitte wie gestern, das war ja grausam. Das tut mir in der Seele weh. Das glaubt ihr gar nicht. Oh, da fieber ich so richtig mit. Oh ja, uff. Da kommt erstmal Knete rein. China-Wok muss heute laufen. Sonst gibt es hier große Strafe. Das darf auch nicht sein. Herrje, Herrje. Da kommt erstmal Geld. Davon kann ich mir erstmal Filme kaufen. Brauche ich auch dringend neu. Machen wir den Tag für morgen schon mal. Manhattan. Klasse Film. Kommt direkt hier hin. Der ist doch schon... Ah, warte mal. Moment, halt, 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 halt. Star Wars. Moment, der läuft heute schon, ne? Ja. Okay, kein Star Wars. Blade Runner war's aber. Blade Runner. Komödie. Action Film. Der läuft heute, ne? Jo, jetzt. Quasi direkt. Und gibt mir hoffentlich ausreichend. Ver... Huli. Duli. Kack. Mist. Dreck nochmal. Was soll denn das? 12%? Ich hab die meiste Einschaltquote und trotzdem krieg ich nix gebacken. Das gibt's doch nicht. Okay, ich geh wieder zu den 1.000.000 Spots zurück. Labbaguette. Und zur Not kaufe ich mir auch nochmal Bike Shop. Heu, heu. Herjemine. Karate Kid, du enttäuscht mich. Oh. Das ist echt unfassbar. Ich meine, hallo? Oh, ich hab noch so viel Kredit. Darf man auch nicht vergessen. Muss ich auch mal zurückzahlen. Ah, ich glaub, das mach ich als nächstes. Nein, als nächstes kaufe ich erstmal wieder Filme, die was taugen. Es ist unglaublich. Es ist einfach noch zu früh. Oh je, ich hab überhaupt keine Werbung. Nicht mal für heute. Ei, Karamba. Ich trau mich auch immer. Also, ich hab mich jetzt anscheinend die letzten zwei Tage so verkalkuliert mit Werbung. Boah. Ich glaub, ich hol mir jetzt echt nur noch eine Million Spots. Das ist echt nicht gut. So, jetzt aber. Karate Kid. Komm, enttäusch mich nicht. In der Stunde musst du echt mal was bringen. Ja, gut. Danke. Oh je, ich ahne Schreckliches mit China Bock. Moment. Oh mein Gott. Oh nein. Ah. Kein Actionfilm. Grin, das gibt's doch nicht. Ah. Was mach ich denn heute? Das gibt's gar nicht. Das ist ja genauso beschissen wie gestern. Da hat man endlich mal eine gewisse Grundquote. Ja, und dann passiert sowas. Och ne. Warte mal hier. Partners. Drei Spots in drei Tagen. Moment, was? Was? Ach, ja. So, jetzt muss ich aber hier schnell mal Aufzug. Nein. 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 Aufzug. Blöder Mettmann. Mettmann. Hahaha. Haut rein hier. Leute. Echt mal. Ohne Witz. Aufzug. Du kommst jetzt. Oh nein, 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 das pack ich nicht, 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 oh, 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 oh Bis zum nächsten Mal.